Eine Gehmeditation sorgt dafür, dass Energien fließen, sorgt dafür, dass Körper und Geist fit und gesund gehalten werden. Die meditativen Bewegungsabläufe regen den Atem an und somit auch den Energiefluss. Gehmeditationen lassen sich leicht in den Alltag integrieren und können an jedem beliebigen Ort ausgeführt werden. Bei der Gehmeditation konzentrieren wir uns nur aufs Lächeln, aufs Atmen und aufs Gehen. Es gilt nur die Wahrnehmung des momentanen Augenblicks. Wähle einen natürlichen Gang, ein langsames Tempo und wenn Du es barfuß machen möchtest, dann fühlst Du Dich gleich viel geerdeter. Viel Spaß! Bewege Dich ganz natürlich. Setze einen Fuß vor den anderen und beginne damit einmal tief in den Bauch einzuatmen und lang wieder auszuatmen. Und lass Deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Stell Dir bei jedem Schritt vor, wie Du die Festigkeit der Erde aufnimmst, Dich sicher und selbstbewusst fühlst. Spüre ganz bewusst jeden Schritt. Spüre alles unter Deinen Füßen. Wie fühlt es sich an? Was empfindest Du dabei? Sollten Deine Gedanken abschweifen, dann konzentriere Dich einfach wieder auf Deinen Atem. Aufs Ein- und Ausatmen. Ein- und Ausatmen. Und lenke Deine Aufmerksamkeit dann wieder aufs Gehen. Achte jetzt mal auf Deine Haltung. Versuche eine aufrechte Haltung einzunehmen. Und lächle. Dabei werden sofort Glückshormone ausgeschüttet. Und lächle jetzt mal andere Menschen an. Oder Blumen. Oder die Sonne. Wenn Du Schwierigkeiten dabei hast, dann versuche jetzt an ein freudiges Erlebnis zu denken, das Dich zum Lächeln bringt. oder denke an einen Menschen, den Du sehr liebst. Und nimm die Festigkeit der Erde mit jedem Schritt auf. Fühle Dich sicher und selbstbewusst. Spüre ganz bewusst jeden Schritt. Spüre alles unter Deinen Füßen und lächle und atme ganz entspannt. und spüre noch einmal nach, wie es sich anfühlt und was Du gerade empfindest. Und wenn Du magst, dann setze Deine Gehmeditation jetzt gerne fort oder kehre in Deinen Alltag zurück, indem Du kurz innehältst. Und Deine Hände auf Deinen Bauch legst. Noch einmal ganz bewusst tief in den Bauch einatmest und frische, neue Energie aufnimmst und ausatmen und im Hier und Jetzt wieder ankommen.